Geh zu Alicia, guck mal da nach der Kiste. Ja. Man kann sich ja viele verschiedene Arten vorbereiten. Man kann sie sogar gekochen, grillen, backen und sautieren. Kochen? Warte mal, kochen, grillen, backen. Kochen ist gut, weil Kocher Dings haben wir ja. Zudem können sie auch noch in der Pfanne gebraten werden, frittiert oder Pfannen gerührt werden. Kiste, aber das ist die falsche Kiste. Aber ich finde Rosen wie immer noch am besten. Ja, du brauchst auch eine Katze. Logisch. Na ja, anscheinend wenn größere Fische schwere zu fangen. Ich bin zu blöd eine Kiste zu finden. Ich muss aber vorgeben, dass ich keinen wirklichen Unterschied merke. Mir. Ich bin zu blöd die Kisten zu finden. Ach, du bist ja hier gerade. Okay, ich hab jetzt erstmal Villa alles durchgeklickt. Kannst du mir kurz helfen, die Lagerkisten zu finden? Wo bist du? Ich bin bei Live. Bei Alicia hab ich die nicht gefunden. Bei Live war ich eigentlich auch schon. Warte mal, ist das hier nicht eine? Ich nehm die verkackte Maus hier. Reguläre Kommode. Ja hier, leere Kiste. Ich hab's. Danke. So, mehr kann ich nicht. Ich bin pleite. Kuh, Schwein, Kuh, Hahn. Wenn du ne Ziege findest, sag Bescheid. Wegen Ziegenmilch. Ne, haben wir nicht. Wir können halt nicht ein Schwein nehmen. Das können wir machen. Ein Schwein? Ja, auf alle Fälle. Können wir Tobik holen. Tobik, okay. Wenn Tobinator das sehen würde, Grüße geht raus. Wir kommen eh in die Hölle. So. Ne, das wollte ich nicht verkaufen. Das kann ich, glaube ich, nicht verkaufen. Ich werde den einen Futtertropa kaufen, den brauchen wir eh nicht hier. Naja, ist nicht viel, aber besser als nichts, weil den brauchen wir eh nicht. Verdammte Katze, ne? Ja. So, ich komme zurück. Ja. Ich habe nochmal ein Bücherregal mitgebracht. Zum Lagen. Zum Lagen, zum Lagern. Zum Lagen. Zum Lagen, ja. Dann kannst du die Steine da vom Kochregal endlich rausnehmen und Co. Kannst du machen. Das war so klar, dass ich das wieder mache. Mache ich aber dann gerne. So, die Kiste. Ich habe erstmal nur eine, weil das Geld nicht gereicht hat. Ich hoffe, jetzt dreht er das auch richtig rum. Das ist, glaube ich, falsch rum. Ja, Mann, ich bin schlau. Alter, ich bin mal schlau, Junge. Holy shit. Verkehrte Welt hier. Muss ich gleich vor Freude husten hier. So, die Kiste, würde ich sagen, stelle ich hier neben dran. Und dann kommt da das Hühnerfutter rein. La, 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 la. Wo ist das Hühnerfutter? Dann haben wir hier auf jeden Fall mal einen Inventarplatz wieder. Da ist das Hühnerfutter. Genau so. Kann man das hier... Ja, man kann es hier reinpacken. Das ist super. Dann brauche ich da nicht immer... Hi, Zizile. Ich kann ja auch mal anklicken. Zizile. Zizile. Zizizeitmaschine. Wer hat dir davon erzählt? Okay, sowas besitze ich nicht. Ich dachte nur, ich höre dir hier Telefon ab. Telefon ab, Hacker, alles klar, Bundesnachrichtendienst. Nice. Ja, morgen... Ingame wieder quatsch ich wieder Ria's an. Jo. Die Ria, die ihre Teile abgegeben haben. Ja, 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 ja. Ria's Team heute hat ja nur Haar oder was. Ah, du hast die Socke hier reingelegt. Gut, dann kann ich das hier auch gleich stacken. Na, hier, ne Socke, hier unten. Oder war ich das... Ich geb dir mal Schnatter hier, den ich brauche. Okay. Kannst du dann irgendwo einleggen, wo ich hingehört? Na, Wildbeere können wir eigentlich verkaufen. Die bringen guten Money. Ist das hier nicht ne Wildbeere? Ja, die kann ich rausnehmen, die können wir verkaufen. Sieht so schäbig aus wie Matte weg hier. Mach das. Äh... Ich nehm gleich wieder die Maus, wenn der hier so weiter hin und her zappelt. So. Alter, die Regale füllen sie aber ohne Ende. Das ist Wahnsinn. Das ist nur was Futter. Und das ist was für ein Gras? Das ist langes, grünes Gras. Okay. Äh... Warte mal. Dung. Das kann ich jetzt mal schnell mit Kontrolle machen. So, das sieht doch besser aus hier, oder? Habt ihr jetzt hier oben die Wischscheiße weggemacht? Ja. Hier, weil das war ja hier hinterher woanders Loch. Das hab ich jetzt einfach mal weggemacht. Ist das Loch gestopft, warte was? Ja. Richtig schön reinstücken. Oh Gott. Holy, ey. Das wird überhaupt nicht... Richtig abdrücken wie beim Gewehr, warte was. Alles klar. Die Aufnahmesession eskaliert auch wieder nicht hier, meine Damen und Herren. Mal gucken. Die 8. Station hier, so. Das hab ich schon gemacht. Genau. Wie sehen die Bäume aus? Snooze hier hinten, wunderbar. Oh, warte. Mahlzeit, wächst prächtig, wächst prächtig. Ach ja, der Garten. Wie ich das immer fast vergesse, das ist nicht gut. Bla, 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 bla Bing, 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 so. Jupp, sitzt bequem. Vielleicht. Nice. Zuckerrohr, ja, erstes Zuckerrohr, juhu. Der Helmut ist, ach ne, ist Salat. Ich dachte, das ist Kohl, aber es ist Salat, okay. Verwechsel ich das noch. Helmut Salat, okay. Helmut Salat Kohl, ja? Warte mal, Helmut Salatkopf Kohl. Oh mein Gott. Ja, wird überhaupt nicht schlimm. Aber die Tomaten. Tomaten, viel, viel. Die Erdbeeren sind, warum sag ich Tomaten, wenn das Erdbeeren sind? Ja, geil. Man merkt überhaupt nicht durch den Wind. Nein, Helmut Kohl ist ein guter. Ja, einer der kompetenteren Politiker. Ja, das stimmt. Ich bin zwar kein Interessent, was Politik angeht, aber Helmut Kohl ist einer, den man wirklich in Ehren halten kann. So, ich nehm mal die Reihe raus hier und lager das. Dann ging das zu, äh, Schultz. Schultz. Ja. Schultz schneidet sogar schlechte Arbeit, Merkel ganz ehrlich. Ja. War Merkel eher ein Traum, ganz ehrlich. Na, wobei das ja auch manchmal schwierig war, manchmal, was sie da an Entscheidung hatte, ne? Ja, aber die sei trotzdem besser drauf. Ja, das stimmt. So, das packe ich rein. Ich kann ja die Nägel, ich kann ja die Nägel reinlagern. Wo mach ich das am besten? Ich pack die Ehren. Mach das. Wir haben ja jetzt sowieso ein bisschen Platz hier wieder. So. Äh, 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 okay. Salat. Salat. Salatsauce. Äh. Italiano. Hashtag. Schwammi. So, ich bin jetzt hier oben und glitsche mich rum. Alles klar. Ich pack mal. Ich kann nicht. Du stehst im Kühlschrank. Im Kühlschrank? Okay. Ich stehe oben drauf. Du stehst mit den Füßen im Kühlschrank, der Rest ist drüber, sagen wir es mal so. Okay. Nice. Warte mal, vielleicht kriege ich das mal hin. Warte. Guck mal. Siehst du das? Äh, ja. Ich bin kühlen. Okay, wir müssen morgen wahrscheinlich dann... Ach, äh, ich schnur wieder fortgegeben. Apropos schnur, wo ist sie? Ach, da hinten. Okay. Bist du drin oder draußen? Die ist noch innerhalb unseres Grundstück. Das ist gut. Noch. Noch, ja. Oh Mann. Ich pack mal das eine Ei erstmal rein. Von Fisir und Rias. Ja, Rias anquatschen, nicht vergessen. Kommt das Ei da rein. Nee, auch gar nicht. Ja, nee. Ich spiel mich ja erst abends. Äh, abend. Am nächsten Tag mach ich das wieder. Okay. Ja, abends. So, Joghurt kommt rein. Die, äh, Bro und Pocky haben Spaß mit Fisir. Was? Ich komm raus. Jetzt geh in die Wecker doch nicht. Also hab nix gewesen wär, weil ich rauskomme. Ich geh mal die Wildbären mal wegbringen. Weil die bringen nix. Oskar D dreht, der war eine Piurette, der hat sie gerade im Kreis gedreht. Okay. Ah, schön, ey. Herrlich, diese Session. So, wie spät haben wir es gerade? Wir haben eine 4.2. Okay, dann machen wir Feierabend gleich. Jetzt geh ich wieder strikt zu Alicia, obwohl ich verkaufen möchte. Sag mal, was ist denn los heute mit mir? Äh, keine Ahnung. Ich bin Alicia-süchtig, warte was. Oh mein Gott. So, ich komm nach Hause und dann machen wir's schon. Halt aber, bevor ich Schluss mache. Ich kann mir nur eine Kiste holen. Eine fette Kiste? Ja. Nice. Für das Tierdingens. Trog. Du kannst ja schon mal das Trogfutter bitte raussuchen und dann Richtung Scheune kommen. Trogfutter? Wo liegt das? Äh, da wo das Tierfutter ist und die blauen Socken und die Hasenhandys. Trogfutter? 10. Jo. Und dann Richtung Scheune begeben. Okay. Die Frage ist, stell ich die Kiste drin oder draußen? Ich stell hier ins Eck drin. So. Hier im Eck steht sie. Dann kannst du es einfach... Oh, ich bin wieder auf der Gange. Da in der Ecke steht sie. Kannst du es einfach reinpacken. So, dann kommen wir damit nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, wenn Mu hier raufscheißt, dann können wir es sofort reinpacken, theoretisch. Wie viel ist hier noch? Sechs von acht? Acht von acht, okay. Wo bist du? Ach, da außen, okay. So, ich würde sagen, wir schlafen nochmal und dann machen wir es. Und dann ist Feierabend. Echte. Ach. Die meisten werden schon davon wieder besser, wenn du die Tastik gedrückt hast. So, wie war das nochmal auf Deutsch? Ich hab null verstanden gerade. Snoo ist leer. Snoo oder das Futter? Das Futter. Okay, wenn es nur leer wäre, das wäre ja weird. Judi, dann kannst du ja wieder reinpacken und dann würde ich sagen, gehen wir aufs Dach und machen Schluss. Haben wir heute echt viel geschnappt. 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 Geschnappt, Alter. Ich komm nicht hoch. Da liegt ein Ei für dich. Wo? Da, okay. Ich hab's gefunden. Kommen wir überhaupt noch aufs Dach? Das ist die Frage. Nein. Musst mir den Weg hochbauen, Hüften, aber wann? Ja. Ich denk mal, du wirst ja hier rüber auch hochkommen, über den Tisch sehen. So, Bane können wieder geschoren werden. Mal beim nächsten Mal. Ich geh jetzt hier hoch. Komm, du müsst doch hier hoch. Ah, nee. Ja, komm, dann machen wir eine Scheune. Schluss. So, egal. Ich bin hier oben. Geh einfach viel weg. Ja, stimmt. Hier war ja auch noch eine. Genau, ja. Ach, okay. Alter, ey. Holy Moom. Ja, wir haben viel geschafft heute. Ja, ich hab hier ein, zwei... Äh... Sorry. Ich hab hier ein, zwei... Tektor von Ria bekommen. Vielleicht kriege ich bald die Quest für die Angel. Hm. Wenn die Folge hier nach Weihnachten kommt, sagen wir nochmal nachträglich frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil wir nehmen die hier vor Weihnachten auf die Session. Deswegen allen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr auch am Start. Falls die vorher kommt, dann halt vorzeitige Weihnachten. Ja. So, dann tschüssigowski. Tschüss. 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 Tschau. Tschau.